So, ich habe jetzt mal acht Autos hintereinander gezählt, aber die fahren alle 30 hier hoch. Wenn der vorderste 30 fährt, fahren die anderen automatisch 30 hinterher. Die Frage war noch, ob man jetzt die Kometen, die Sternschnuppen, sieht. Und ich habe aufgeklärt, da sollte man außenrum Dunkelheit haben. Vielleicht muss man da immer raus aufs Feld. Und an sich haben wir festgestellt, der Wald ist wichtig fürs Leben. Man kann sich in den Wald zurückziehen und kommen auf andere Gedanken. Und die Natur an sich hat einen spirituellen Wert. Das kann man tatsächlich für heute hier auf der Gaspahl noch festhalten. Da ist der Vollmond da oben. Aber es ist interessant, wie laut es doch hier ist, wenn man nachts auf der Hauptstraße läuft. Jetzt ziehe ich mal zum Vollmond hoch. Die Sternschnuppen zwischen Mitternacht und 5 Uhr bei Orion, den kennen Sie ja noch. Vier große und drei kleine in der Mitte, das ist der Orion. Und da sind dann die Sternschnuppen, wenn man Glück hat, zehn pro Stunde oder so. Aber jetzt war es das schon wieder. Jetzt kommen keine Autos mehr, jetzt kann ich ein bisschen langsamer sprechen. Also Bedeutung des Waldes vielleicht den Stress abbauen, weg von den Menschen in den Wald hinein. Komm auf andere Gedanken. Bei mir ist es immer so. Und ich mache das aktiv. Seit Sommer, seit Juni habe ich schon oft gesagt. Und vorher hatte ich Stress. Arbeitsplatz beim Musizieren mit Menschen immer. Auch mit Verwandtschaft. Das kann mir mal alles egal sein. Und das darf ich auch. Die Frage ist, darfst du das? Ja, das darf ich. Ich darf machen, was ich will. Habe allerdings wenig Geld. Weniger als vorher. Und auch nicht mehr Zeit als zwei Minuten. Schöner Abend noch.